Und genau das steckt andere Menschen an, ohne dass du etwas machst. Du motivierst andere, ohne dass du selber aktiv wirst. Neun Tipps, ein einziger, wirft dich schon nach vorne. So kannst du dich selber und andere ganz leicht motivieren. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du gut drauf bist, wenn du lachen kannst, wenn du fröhlich bist, wenn du Freude hast, dann begegnest du oder siehst du meistens Menschen, die ebenfalls Freude haben, die lachen, die gut drauf sind. Gesetz der Resonanz. Wir sehen und erleben im Aussen genau die Dinge, die wir in uns selber mit uns herumtragen. Eben wenn wir gut gelaunt sind, sehen wir im Aussen genau das. Wenn wir schlecht drauf sind, sehen wir genau das. Gerade jetzt, du siehst es überall. Sehr vielen Menschen geht jetzt das Licht aus. Sie haben so keine Perspektive, keinen Fokus, sehen rundum, wie es läuft, was alles passiert. Und wenn du jetzt in Freude sein kannst, wenn du jetzt motiviert sein kannst, von innen her, dann bist du genau der, der eben jetzt noch viel mehr strahlt. Und andere werden dich fragen, hey, was nimmst du in der Früh, was machst du, gib mir das auch. Und genau das wirkt jetzt doppelt und dreifach. Darum, neun Tipps für dich, wie du jetzt in deine Kraft kommen kannst, wie du jetzt von innen her motiviert sein kannst. Und andere Menschen nimmst du ganz automatisch mit, weil dein Leuchten jetzt doppelt wiegt oder zehnfach wiegt, würde ich sagen. Und jetzt neun Tipps für dich. Bist du bereit? Erster Tipp. Achte auf deine Nahrung. Schau dir an, wenn du gegessen hast, wenn du Mittag oder Abend gegessen hast, wirst du dann sehr müde oder bist du danach vital und gestärkt. Zweiter Tipp. Achte auf deine geistige Nahrung. Schau dir ganz genau an, wohin geht jetzt aktuell deine Aufmerksamkeit. Rundum, könnte man sagen, brennt jetzt die Hütte. Es geht rund. Und jetzt kann man sagen, dass zu viele Informationen toxisch wirken. Wenn wir uns diese Informationen jetzt alle reinziehen, dann stärkt uns das nicht, das verunsichert und schwächt uns. Heißt, achte auf deine Information von außen oder das, was du zulässt. Schau dir die Dinge an, aber in einem Maß, das dir nicht schadet. Dritter Tipp. Dritter Tipp. Achte auf dein Stresspensum. Das Stresspensum oder der Stress überhaupt ist eine der Hauptquellen für Krankheiten. Vierter Tipp. Bewegung. Raus aus der Hütte. Beweg dich. Geh in die frische Luft. Fünfter Tipp. Achte auf Sonnenlicht. Also nicht achte darauf, sondern konsumiere Sonnenlicht. Geh raus in die Sonne, ins natürliche Licht. Das lädt einem auf mit Energie und Power. Tipp Nummer 6. Ruhe und Auszeit. Pflege das Rendezvous mit dir selbst. Tipp Nummer 7. Frag dich. Folge ich meiner Vision. Oder mache ich nur irgendwas. Folge ich meiner Vision. Und wenn da bei dir ein Nein rauskommt, bitte ändere es. Jetzt. Folge deiner Vision. Gehe die ersten Schritte Richtung deiner Vision. Achter Tipp. Frag dich. Ist mein Fokus jetzt auf meinem Universum? Oder geht jetzt mein Fokus in alle Richtungen? Verteile ich meinen Fokus in alle Richtungen? Das geht sich jetzt nicht mehr aus. Fokus ganz klar auf dein Universum. Ganz wichtig. Und Tipp Nummer 9. Und jemand hat vor kurzem ein Kommentar auf YouTube geschrieben. Er schreibt, seitdem ich dankbar bin, hat sich mein Leben komplett verändert. Zum Positiven kannst du jeden Tag zweimal, zum Beispiel in der Früh und am Abend, kannst du von innen heraus wahrlich dankbar sein. Dankbar für das, was du hast. Für das, was in deinem Leben ist. Kannst du wahrlich dankbar sein. Neun Tipps, ein einziger, wirft dich schon nach vorne. So kannst du dich selber und andere ganz leicht motivieren, ohne dass du etwas machst. Genial, oder? Ich würde sagen, sofort umsetzen.